Zwei Gold-Jungen. Wer ist es? Andrew Gold und Graham Goldmann. Richtig, genau. Sie können die beiden nämlich nicht auseinanderhalten. Der eine ist der dunkle und der eine der helle. Ja, der rote. Die beiden sind seit langen Jahren erfolgreich. Jetzt zusammen heißen Wax und ihr Titel? Shadows of Love. Zwei Goldmann. Zwei Goldmann. Forever cast by the shadows of love. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017